Und schon der erste Ballwechsel hält, was dieses Spiel verspricht, starke Angriffe. Das war ein starker Aufschlag, aber der Ball kommt noch. Ums, Simons Beach, das gibt Selbstvertrauen, wenn man so einen wunderschönen Pass einkratert. Für die Stuttgarterin. Schöne Annahme von Lindsey Ruddins. Knapp in den Seiten aussiegelt. Der war wahrscheinlich einen Tick zu lang gewesen. Und wieder der Erfolg mit dem Leger. Da hatten sie den Angriff von Trissl und was schön entschärft. Starke Annahme da von Alexander Hebnitsch. Und Lindsey Ruddins hat da Pech, trifft die Netzkante. Mutiger Angriff da von Laura Ehmons. Der wird belohnt. Wieder 2-Punkte-Führung. 23 zu 21. Schöner kurzer Aufschlag. Alexander Hebnitsch hat den Ball. Der Ziradins probiert es auch mit dem Leger. Und der ist erfolgreich. Das ist unglaublich. 25 zu 23 win Potsdam auf den zweiten Satz. 6 zu 6. Verschätzt sich Alexander Hebnitsch für etwas. Zieht die Arme weg. Der zurück in der Mannschaft ist. Die gibt extrem viel Stabilität. Da ist sie wieder in der Abwehr. Oh, das war... Lass mal überlegen und Glück in einem. Ja, Mann, das ist noch ganz ruhig. Gute Annahme von Lindsey Ruddins. Gesichert. Stuttgart wehrt sich hier. Aber der war zu leicht. Unglaublich. Und, 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 und. Jawoll, da ist das Ding. Da ist der Punkt. 25 zu 21 win Potsdam.